Komm, der hat schon zwei ein Blatt gemacht! Wollt ihr mich verarschen? Moment, ist das auch Lancer? Nein, das ist kein Lancer, das ist... Der wollt mich doch verarschen, oder? Komm rein da jetzt! Oh, macht mir halt endlich Platz! Boah, was haben die für Fahrzeuge? Warum hab ich die nicht? Die halten ja endlos viel aus! Das gibt's einfach nicht! Ja, das Forschungslabor könnte er wieder in die Luft sprengen, aber irgendwann das Zeug, was euch angreift, natürlich wieder nicht! Mörser ist endlich weg! Ah nein, da hinten steht nochmal Mörser! Geil! Wie sie sich wieder gegenseitig blocken, ist es noch geiler! Ich hasse es! Ich hasse es! Guck, jetzt fahren erstmal alle da rauf und machen die Mörser da hinten noch platt! Oh, macht sie halt platt, komm! Oh, da ist ein Commander, da ist ein Commander! Placht ihn platt, kommt schon! Oh, macht da halt platt, komm! Meine halten alle zu viel aus! ... wurde gefunden, rückkehrt zur Landezone! Äh, was? Wie? Hä? Los, schickt Verstärkung ran! Passt immer rein! Äh, okay! Was, da steht immer noch... Hab ich denn kaputt gemacht? Warum leben die noch? Egal, ich... Ich bin die Mission schon ver... Was? Hä? Wärmebild... Wärmebild... Wärmebild-Raketen? Keine Ahnung, klingt gut! Das klingt so nach... Die Raketen finden ihren Weg ins Ziel ganz alleine... ...und sind extrem stark geworden... ...und vernichten den Feind über die gesamte Karte. Naja, wahrscheinlich nicht. Und die hängen mal wieder an den Gebäuden fest, ist ja geil! Rückkehr zur Landezone! Rückkehr zur Landezone! Ach, figg dich! Kannst ja eine Landezone sonst wohin schieben! Komm, mach platt! Na komm, nimm auf! Mach's auch noch platt! Was auch immer du bist, stirb! Feindliche Basis ausgelöscht! Das wollte ich hören! Das wollte ich echt hören! Nein, da unten steht noch was! Bring... Bring's auch Erfahrung! Egal, ich mach's platt! Greif dann an! Rückkehr zur Landezone! Weg dich! Ich fahr dahin, wo ich will! Und mit dahin, wo du willst! So, mach das alles noch platt hier! Scheiß Panzer sperren! So! Die Flieger lassen wir, wo sie sind! Die sind ganz guter! Hehehehe! Sollen sie bis in alle Ewigkeit da hängen bleiben! Oh, überhaupt mal Verstärkung! Greif wieder nachher! Geil! Also, ich hab 10... Rückkehr zur Landezone! 7! 7 plus 6! Mach 13! Brauch noch 2! Wenn ich mich nicht verrechnet hab! Also Panzer und Lancer! Ich baue nur das Zeug! Ich baue nie was anderes! Ich baue nur Panzer und Lancer! Hm... Ist jetzt ein Lancer auch ein Panzer? Er hat kein Geschütz drauf, ist ja kein Panzer! Ganz einfach! Das ist ein Lancer! Huah! Geile Unterscheidung! Ich hoffe nur, die Wärmebildding hat auch was! Also, wie ich das verstehe, fliegen die dann um die... Oh, Mann! Plattmachen! Plattmachen! Pfff! Naja, wegs ist... Fliegen! Fliegen die Commander immer an vorleser Front! Ja! Meine Commander ist Fliegen! Weil ihr es noch nicht mitbekommen habt! Wenn ihr es mitbekommen habt, dann seid ihr genau so blöd wie ich! Denn meine Commander ist Fliegen nicht! Rückkehr zur Landezone! Vielleicht wäre auch nur so blöd, du merkst es nicht! Aber ich glaube, die Flieger sollten da nicht oben hängen! Oh, mach... Oh, da hinten ist noch mehr Artillerie! Pfff! Pfff! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Hopp! Mach mal! Junge, du sollst doch nicht davor dich hinstellen! Du sollst nur davor fahren! Rückkehr zur Landezone! Egal, mach dich! Scheiß drauf! Oh, wie geil! Ich muss nur aufpassen, dass alle meine Einheiten gleich dahin fahren, wenn die Mission vorbei ist! Aber das sollte nicht passieren! Die haben da ja gar nichts mehr! Das war's schon! Ah, jetzt hab ich euch! Oh, 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 Moment! Keiner was erforschen! Oh, wärmefassende Mörser-Granaden! Luftabwehr-Wärme-Bild-Sensor! Keine Ahnung, was das bringt, aber das klingt schon mal geil! Schauen wir uns mal ein Video an! Waffenforschung abgeschlossen! Okay, da verfolgt Motor-Emissionen! Oh, das klingt schon so geil! Und sie werden automatisch aufgerüstet! Wie geil ist das denn? Hoffentlich genauso geil, wie es klingt! Hopp macht alles platt jetzt! Keine Gnade mehr! Macht platt, was da ist! Ist da doch ein Atefakt irgendwo? Nö! Geizige Mistkerle! Mach mal alles noch platt, was da irgendwie steht und gut ist! Feindliche Basis ausgelöscht! Was, die Kräne fliegen an mit in die Luft? Ist ja geil! Rückkehr zur Landezone! Nö! Ich denke nicht mal dran! Ich schick erstmal los, was noch da ist! Mehr, ne? Ich hab noch mehr gebaut! Hei! 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 So macht Luftangriff schön! Spaß! Äh, Luftangriff, ja! Ich glaub mit Flak in der Luft an! Genau! Rückkehr zur Landezone! Was machen wir als nächstes? Schiffe in der Wüste einsetzen! Missionsziel erreicht! Was?! Nein! Wie?! Du! Ich! Ab! Was! Nein! Nein! Verdammt! Fick dich! Hier ist überhaupt nix erreicht! Missionstimer aktiviert! Habe ich da schon der Basis aufgeräumt? Ich hatte da schon aufgeräumt! Rückkehr zur Landezone! Geil! Nein! Ich will doch nicht Ausschluss machen! Ich hab noch mehr vor! Macht platter! Aber es kriegt es wahrscheinlich nicht noch mal so toll hin, oder? Ach komm, macht sie platt! Macht sie halt platt! Warum hab ich die jetzt auf einmal gewonnen gehabt? Hä? Ich war doch nicht mal in der Nähe der Landezone! Darf ich die Basis vielleicht nicht vernichten? Rückkehr zur Landezone! Ist es das? Okay, lass ich die Basis diesmal ganz! Wenn es mir gelingt! Wahrscheinlich nicht! Nein! Unwahrscheinlich! Ich mach sie gleich platt! Oder war das, weil ich die Einheiten da alle vernichtet hatte? Das wär auch ne Möglichkeit! Dass sie die Lufteinheiten dann hätte vernichten dürfen! Okay, diesmal speichere ich aber nachdem ich das Ding platt gemacht hab! Dann ist der noch mal schaff! Rückkehr zur Landezone! Okay, egal! Die sind keine Gegner! Und ich werd nicht zu eurer scheiße Landungszone zurückkehren! Geht mir auf den Sack mit eurer Landungszone! Die kann sehr hoch! Achso, das hat ja schonmal gesagt, dass sie sich wohin schieben kann! Genau! In ihr Ohr! So, nachdem wir jetzt alle herzhaft gelacht haben... Unglaublich! Wir können noch mehr erforschen! Rückkehr zur Landezone! Schnauze! Wir schauen sie dir noch mal an! Waffenforschung abgeschlossen! Ob, sterbt! Ob, mach mal alles platt noch! Moment! Was speichere ich aber? Ja, ich hab die zugelernt! Ich bin schlauer geworden! Wer's glaubt! Nein, also da an den Teleporter liegt schonmal definitiv... Teleporter... Na komm! Das sind doch bloß aber... ...Bretterhütten! Sind Bretterhütten, ja! Oh, Versteigerung ist eingetroffen! Na, aber... Wie kann ich dir noch zuweisen? Probieren wir uns einfach aus! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Rückkehr zur Landezone! Zwei kann ich noch meinem guten Kommando zuweisen! Äh, welcher ist es denn der da? Und was ist jetzt noch so übrig? Hier nur noch? Okay! Nehme ich! Wollen ja nicht gierig sein! Schön, schön, schön! Zwei Färfe drauf und repariert und ich brauch noch... ...drei Einheiten! Rückkehr zur Landezone! Rückkehr zur Landezone! Ich kann nur diesen Einsatz sagen, für mehr bin ich zu blöd! Los! Schick, los! Damit es nicht so lang dauert! Ja, das waren scheinbar wirklich die Lufteinheiten! Ja, dann mach ich die halt diesmal nicht platt, ne? Ah! Rückkehr zur Landezone! Nein! Kannst mich mal... Ich weiß nicht, wo die Landezone ist! Ich hab null Orientierungssinn! Warum gibt's da eigentlich nicht noch ein Artefakt? So zwei, jetzt wär doch nicht schlecht! Warum seid ihr alle so geizig? Geizige Juden da! Ähm, nein, äh... Rückkehr zur Landezone! Das hab' ich jetzt nicht gesagt! Das war... ...jemand anders? Ja, in meinem Zimmer sind lauter komische Leute noch! Wollt ihr gar nicht sehen? Wartenforschung abgeschlossen! Deckt und verfolgt VTO... V... V-Tool! Tor und Abgase! Huh! Was bringt das? Gar nix! Wir sind immer noch nutzlos! Einer repariert, die anderen zwei schauen zu! Oh, ja! Tolle Sache! Boah, nervt so sehr der... Der Typ, ja, der Typ! Das war vorher mal ne Frau! Wartenforschung abgeschlossen! Nein! Verdammt! Wartenforschung abgeschlossen! Geschoss ordnet Hitzesignaturen und steuert auf diese zu! Das Geschoss also! Okay! Was habt ihr denn geraucht? Das Geschoss, ja! Genau, ein Geschoss! Rückkehr zur Landezone! Das Geschoss... Ey, Moment, der Fall ist da drüben! Das ne Legende war für die Nutz-Einsteins-Theorie von der Raumkrümmung! In welchem Film war das? Boah, ich weiss gar nicht mehr. Irgendein Film war das immer... Deswegen kann die Waffe auch um die Ecke feuern! Rückkehr zur Landezone! Der Panzer, der Panzer, das war ja ein Panzer, das war... Ach, was war denn das? Keine Ahnung! Ich hab von einer halben Ewigkeit mal geschaut! Auf jeden Fall cool! Rückkehr zur Landezone! Hä? Äh, was? Was hab ich jetzt kaputt gemacht? Wo ist mein Licht hin? Ah, mit Tab kann ich das ausblenden? Ne, was kann ich das? Rückkehr zur Landezone! Was für dich? Verstärkungen sind eingetroffen! Ah! Jetzt weise ich die noch dem letzten Commander zu und... Na, der falsche! Wer hätt's erwartet? Okay, dann... Dann eben... Eben... Äh... Äh... Wo ist mein zweiter... Nein, mein dritter... Zweiter, dritter... Vierzeh, vierzeh, achtzehn! Dreißig! Dreißig! Sechser, vierzig! Sieht doch gut aus! Bauen wir noch einen Commander? Nein! Wir schrotten! Komm, wir schrotten! So einfach, die Commander sind los! Rückkehr zur Landezone! Boah, ja, gleich! Ich bin doch auf Vollgas, oder? Ja! Vollgas! Erst wird nochmal gespeichert irgendwo, hier! Herrlich, macht man da platt! Warum auch immer, macht's platt! Bis macht da noch plattes Gebäude? Rückkehr zur Landezone! So, alles platt gemacht! Mission, Ziel erreicht!